Die schönen Oldtimer hier, und dafür machen wir jetzt gar keine Pause mehr, sondern wir ziehen das einfach durch. Also, wo sind die Hände? Ja, dann laufen die Schuhe an. Kannst du mal dieses komische Schild hier wegnehmen, Klaus? Ist schon weg, okay. Ist ja nett gemeint, wir haben also eine neue CD, wenn es doch nicht aufgefallen sein sollte. Kommt die Hände! An einem schönen Samstagabend, der Sommer ist wieder da, Sascha Klaas in der Stadt, und meine Mädels hier vorne sind auch da. Ja! Bisschen Saxophon, komm Maxi. Ja! Nein! Ja! Hey! Ja! 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 Warte mal ganz kurz, da haben wir zwei tolle Tänzer da vorne her, ein tolles Tanzpaar. Warum tanzt ihr da unten? Kommt mal hoch auf die Bühne, kommt mal zu mir. Kommt mal rum, na klar. Hab extra ein Petticoat angeschaut, ob ich das gerade so festgestellt habe. Wo sind die Hände? Kommt! Oder so ein bisschen mit den Fingern mitsnicken. Das ist meine große Liebe, was ich hier tun darf für euch. Ja, kommt ihr nach vorne, kommt! Gib mal einen Applaus für die beiden, ich finde das super. Oh nein! Ah, guck mal, jetzt kommt der richtige Schritt zum richtigen Takt. Und es wird schön hier oben auf der Bühne. Machst du ein Foto? Gut, dass du deinen Fuß manchmal brauchst. Okay! Ich muss nicht nochmal von vorne anfangen, aber ist ja nicht schlimm. Ich muss nicht mehr von vorne anfangen, sondern ich muss nicht mehr von vorne anfangen, sondern ich muss nicht mehr von vorne anfangen. Ich muss nicht mehr von vorne anfangen, sondern ich muss nicht mehr von vorne anfangen. Ich muss nicht mehr von vorne anfangen, sondern ich muss nicht mehr von vorne anfangen. Ist das gut? Ist das gut? Ist das gut? Ist das gut? Ich muss nicht mehr von vorne anfangen. Ist das gut? Ich muss nicht mehr von vorne anfangen. Ich muss nicht mehr von vorne anfangen, sondern ich muss nicht mehr von vorne anfangen. Ich muss nicht mehr von vorne anfangen, sondern ich muss nicht mehr von vorne anfangen. Untertitelung des ZDF, 2020